Hm, gut, dann gehen wir einfach mal weiter. So, diese Kundenträger, die hier zu irgendwelchen Sekten gehören, sind eigentlich auch andere Spieler, deren Ausrüstung wohl noch nicht geladen hat. So, ich bin einfach nur ein toller Schokozwerg. Und ich muss so dem Gefechtsquest gefällig orientieren, klar. Ich überspringe jetzt mal so ein bisschen den Teil, damit wir hier auch ein bisschen dran kommen, ne? So, wähle Gefechtsquest, wähle den Kampf, Schwur der Ehre, wähle ein Schwur der Ehre, wollen wir das dann schon, ja, okay. Hardcorer, habe ich stärker angefangen, vielleicht zur normalen Schwierigkeit ein, weil da irgendwas, kann es mir jetzt weiter von tragen, darf ich das beim Hardmodus nicht, weil ich kriege mein Geld. Okay, Level 1 oder höher. So, dann versuche ich direkt mal den harten Modus hier. Mal schauen, ob das funktioniert, ja. Gut, ich durfte es auch nicht mehr unten ablegen oder betreten, sagen, um den Mauscursor anzuzeigen. Äh, 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 was ist? Aha, interessant. Das maximale Gewicht, was du tragen kannst. Er trägt 187 Stahl. Gut, Temporal ist leer, Level ist Reparaturset. Das sieht ja schon mal auch Level-Aufstiegsgeschenk. He-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm, L удивs-Mine, L'dings-Sperl... ...improch-Items können nicht verhandelt werden. Gut, nun zur Breite. Alles klar. Da geht's jetzt. Aufi, aufi. Noch, noch. Ganz allein. Oh, da ist ein Laden gewesen. Verdammt. Okay, demnächst werde ich mich erstmal umschauen, bevor ich irgendetwas mache. Hm, weil das heißt... Das heißt, ich bin am gehen. Nein, das heißt, ich hätte wahrscheinlich... ...nach zerstören können. Wenn du die Kamera drehst, hättest du vorher im Laden etwas kaufen können. Ich verschwinde direkt mal wieder. Okay, eine unsichtbare Wand, die mir nicht angezeigt wird. Ah, die alten Ruinen, ist das nicht schön. So, jetzt bin ich auch endlich angekommen. Das Spiel sagt jetzt alles klar. Darfst du es dann machen? Aufnehmen kann ich das nicht. Dich auch. Schockumswerk. Hm. Komm her, ich hab da was für euch. Oh ja, das hat sehr viel Schaden. Das ist ein Seelen-Holzplanker. Interessant, dass er das so stark rausgezogen hat. Und... Alles klar. Gar nicht irritiert, dass die Gegner so... ...zu Stein werden. Bisher scheint mir das erstmal... ...sehr viel geschnitzelt zu sein. Ja, warum die zu Stein werden, finde ich komisch. Kombinationen machen. Links, links, rechts. Ja, gut, wenn ihr... Achso, gut, ich verliere auch Ausdauer, wenn ich irgendetwas trage. Finish? Nee. Wie geht denn, finde ich? Richtig, immer. Wieso? Ach, da doch. Das wäre jetzt Finish. Naja, unter einem Finish-Move verstehe ich da etwas speziell aus. So ein bisschen... ...aufregender, als einfach den normalen Angriff, den man sonst auch macht. Also auch das ist... Oh, was ist das jetzt noch? Gut. So schlimm. Okay. Get it. Get it. Get it. Ich bin hier noch aus, Bang. Es scheint ja ein sehr aufregendes Gebiet hier zu sein. Aufgemacht. Aufdauert. Oh wow. Hm. Fällische Sache ist komisch. Was ist Overkill? Overkill, Overkill. Oh mein Gott, da kann man ja einfach nur durchrushen. Und einfach alles zu schnitzeln, das mache ich jetzt auch einfach. Zeig deine Ausdauer an, ja. Ich hab Schaden bekommen. Ich hab Schaden. Ich hab Schaden. Ich hab Schaden. Ich hab Schaden, das war einer. Ich hab Schaden. Finish! Das Finish! Kick, kick, kick! Ja! Sehr schön! Hätte ich das gewusst, hätte ich uns lieben gern... ... die Haufen gemacht. Schau mal zu den kleinen Speer! Ja! Es geht nicht nur Speere aus dem Schnellen. Das Wochenende hat die Speere eingepackt, ... und so weiter. Eine Leerung war schon. Und das Liegen überall in den Händen zu verstorben. Ach nee, wie süß! Jetzt finden wir nur zwei Items. Alles klar! Pfff! Du wirst, was wir dich noch im Endeffekt? Anscheinend! Level up complete, battle cleared! Schön! RANK UP! Rang B! Kampftaten S! Style! Style-Aktionen! Style-Index zeigt, wie stylisch du im Kampf warst! Okay! Dein Kompetenzell erhöht sich, wenn du eine Serone angriffen... ... gegen einen Gegner startest, ohne dabei Schaden zu nehmen. Tut mir leid, dass ich die manchmal nicht durchgehend lese, aber ich bin da doch ein bisschen am Gähnen. Und Gähnen und Reden, das lässt sich nicht so sehr vereinbaren. Wenn dir eine spezielle Attacke gelingt, während du einen bestimmten Kompetenzeller beibehältst, erhältst du einen Style-Bonus. Der Standard-Kompetenzeller und der Typ der Attacke, die benötigt wird, um einen Style-Bonus zu erhalten, variieren abhängig vom Charaktertyp. Beispielsweise 1000 Nadeln für Lan, Amaranth-Kick für Fiona und Feuerschlag für F.E.E.T.C. Gefechtspunkt 100%? Ja, besiegte Monster, das ist einfach nur typisch das, was man dann unknockt umschlägt. Was ist eigentlich? Was ist eigentlich? Schwur der Ära Null. Gut, dann habe ich mit diesem vorher nicht wirklich durchgelesen. Hm, keine AP. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man hierfür überhaupt welche bekommt. Okay, schließen wir das. Soll ich da zurückkehren? Kamera drehen. Kamera drehen. Weiter komme ich hier jetzt auch nicht, ne? Hm. Gut, dann will ich jetzt mein Inventar öffnen und das tolle Geschenk annehmen. So. Ah, nicht im Kampf, ja komm, ab zurück zur Stadt ist ja gut, meine Güte. Hm. Hm. Eieieiei. So. Amkultisten. Ich habe euch fast schon verpasst. So, ich muss ja alt lockern. So. Level auf, den möchtest du in der Zeit benutzen? Oh, das ist kaputt. Ich habe einen Trank bekommen, einen Speer. Wie selten. Und ein weiteres Paket. Sehr schön. Sehr schön. Und ich muss nach Korn. Zurück nach Korn. Und so lange habe ich aber keinen Bock auf die Chemie, denn. Ein Marktplatz, schwarzes Platt. Schauen wir uns hier erst einmal um. Oben rechts habt ihr hier die kleine Mini-Map. Da seht ihr schon mal, was hier alles über die Stadt abgeht, eh. Gemischt werden. So schön. Magie-Labor. So. Ich glaube, wir werden hier einen stumpfen, simplen Kämpfer noch ein Reisen werden. Hm. Hier geht's hoch. Auf die Verande. Und hier oben ist... Ich wollte eigentlich sagen nichts, aber so ist es ja nicht. Die Stadt lebt. Samt den Pferden. Samt den Hunden. Sie interagieren auch, indem sie hinterher schauen. Oder sich selbst kratzen. Sie sind sehr bemüht, sich als lebendige Wesen darzustellen. Willst du mich nachmachen, Kollege? Das glaub ich ja nicht. Ah, ich glaub den Großteil des Dialogs können wir uns eigentlich sparen. Marik starrt die Frau von der königlichen Armee zu einem anderen. Immer noch. Hallo, ich musste mit dem Schiff hin und her fahren. Oh Gott. Achst du Witze? Ich würde solche Beleidigungen niemals zustimmen. Gero-Solz. Bist du schon zurück? Ja, gut. Die beiden streiten immer noch. Wir drehen uns hier im Kreis, Söldner. Lass mich deinen Hauptmann sprechen. Nein, ich bin der Hauptmann. Ich frage nicht nach deiner Erlaubnis. Wo ist der Hauptmann der blutroten Klingel? Er erholt sich von einer Verletzung. Aber das spielt keine Rolle. Er würde das gleiche sein. Dies ist unser Fall. Na schön, ich werde wiederkommen, sobald sich euer Hauptmann erholt hat. Cadet Ellis? Wir gehen. Wir sind beleidigt und haben keine Lust mehr. Ja, gnädige Frau. Sofort. Schockelzwerg. Wir sehen uns später. Grins. Winn verlässt den Söldnerposten. Mit... Ellis. Wahrscheinlich. Marek, wo willst du hin? Nein. Ich bin noch nicht fertig mit denen. Ich lasse mich nicht einfach so abservieren. Ich dachte, du wolltest... ...gännen... ...dass sie gehen. Abgesehen davon wartet Schockelzwerg schon die ganze Zeit. Wie ein paar andere tausende Spieler von Vindictus. Marek sagt... Marek, tiefluft. Marek, tiefluft. Und dreht sich dann zu dir um, weil er ist ein Necromorph. Nein, doch nicht. Einverstanden. Willkommen bei der blutroten Klinge. Ja, guten Tag. Ich sehe sie zum ersten Mal. Willkommen. Egal was sie hier wollen, ob sie sich nur umschauen wollen, ob sie die tolle Feder auf dem Tisch betrachten wollen, oder ein Buch lesen wollen, welches es nur bei uns gibt. Sie sind hier zum Söldner. Die Gerüchte stimmen. Du bist ein erstaunlicher Krieger. Ja? In Ordnung. Ich entschuldige mich für vorhin, aber du hast diese königlichen Bastarde ja gesehen. Wenn sie dich verkonfertieren, sag ihnen, sie sollen mit mir reden. Verstanden? Oh Gott. Übrigens, mein Name ist Marek. Ich habe das sagen, die blutroten Klingen, während Hauptmann auch... Wie spricht man den Namen genau aus? Outans. Outan. 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 Outans Abwesenheit. Wir sind dir einiges schonend dafür, dass du Tee, äh, das Orakel gestern gerettet hast. Wir müssen nun unsere Arbeit fortsetzen. Blitz auf! Das Information war ein Kampfverhalten. Formorisches Zeichen. Schön, der Hauptmann hat gestern beim Glockenturm ein nichterlöses Objekt gefunden. Da, ich zeige es dir. Ein formorisches Zeichen. Ein formorisches Zeichen. Kurz darauf wurden wir von den Knollen attackiert. Ach, das waren Knolle? Okay. Aber es gibt keinen Sinn, den alle haben, die das Formos verlassen. Und warum legt sich die königliche Armee ein? In Knollen kümmern sie sich einen Dreck. Also, warum wollen sie denn zuständig... ...Kreizbereich? Marek schüttelt nur den Kopf. Natürlich mit Helm drauf, ne? Klappe, Klappe, Klappe. Wir übersehen etwas. Hier kommst du ins Spiel. Untersuche die Knolle. Schau, was du finden kannst. Sie leben in der gefährlichen... ...den gefährlichen Ruinen schon wieder. Also, begib dich dorthin und sammle Informationen. Interessanterweise hast du vorher noch nie irgendwelche gesehen davon, auch wenn du bereits da warst. Ich hätte fast vergessen. Hier, eine Kleidung, die du sowieso verpasst. Blutrote Klingen Waffenrock. Schön, wir stellen die... ...wir stellen neuere Koten diesen Blutrote Klingen Waffenrock zur Verfügung. Sag mir Bescheid, wenn er dir nicht passt. Mir passt der nicht, ich bin zu fett. Sobald du dich bewiesen hast, werden wir die Veteranen ausrüstung gegeben.